Ach, Tatsache, das war also nur die Tür der... Ja, ja, bläh, 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 geh weg. So, also nochmal von vorne. Und ich schneide davon auch nichts raus, ne? Also nicht, dass ihr denkt, ne? Ja, der schneidet dann eh raus, dass er gestorben ist. Nein, mach ich nicht, lass dann alles drin im Let's Play. Also, hier wird nichts rausgeschnitten, ne? So. Ah, warte, ich muss die andere Waffe nehmen. Äh, genau. Na, komm. Ja, ja, ja. So. Also, auf ein neues. So, prüfen wir nochmal aus. Die spawnen ja, sobald ich da bin, ne? Das gibt's gar nicht. Wo ist der andere? Hallo? Ich glaub, die Waffe ist echt gut für die Jungs. Oh Gott, ey, jetzt hier... Jump and Run! It's me, Mario! Wuhu! So, ein bisschen Lebensenergie. Da drüben kommt man auch noch irgendwie... Ach nee, da kommen wir jetzt hin. Oh Gott. Was nochmal hier? Ciao. Ciao. Ihr wollt mich doch nicht ärgern, oder? Ich hab'n miesen Tag hinter mir. Äh, bitte was? Wo soll ich denn... Darunter oder was? Und da? Okay. Ah, mich juckt's grade. Oh je, oh je, oh je. Wo kommen wir denn jetzt hier hin? Ich hab doch nicht so viel Volition. Ich bin da noch ganz klein. Bitte lass mich. Speicherpunkt der... Wer war das? Töte. Oh nein. Töte ihn vor allen Dingen. Meinte der mich oder meinte der irgendwas anderes, mit wem er gesprochen hat? Ja, ja Jungs, ich bin gleich bei euch. Ist das schon die finale Arena? Ich glaube ja. Sieht zumindest danach aus. Oh Gott, jetzt geht's los. Oh Gott, jetzt geht's los. Yeah! Yeah, Geranimo! Hallo, ich seh nix. Hallo, ich hänge. Ja, hör auf damit. Hallo. Lass das. Alter, ich seh doch nix hier. Bin voll durch den Wind. Hör auf, hab ich gesagt. So, weg mit dir. So, du auch nochmal. Stecker ziehen. Ne? Braust ja nicht mehr. Hast ja nicht mehr nötig. So, geh weg. Du sollst nicht auf mich zielen, hab ich dir gesagt. Yeah! Auf damit. Trete ins Gesicht. Also ein Schuhabdruck vom Nike Air Schuh. Die hab ich auch gesagt, du sollst aufhören. Na. Geh weg. Was hab ich dir gesagt? So, bis jetzt sind es noch kleine Gegner. Ich, äh, warte darauf, dass was Größeres kommt. Yeah! Geh sterben! Uah! Wo bin ich? Hier. Nach unten, okay. So, weg mit dem. Was? Wer? Wo? Hallo? Sag mal. Lass mich doch mal. Ja! Boah, diese Musik. Ne? Ach, hier schon wieder. Okay, warte. Für euch hab ich ja die Spezialwaffe. So. Da unten war schon wieder dieser Rammler. Wo ist der? Na. Na. Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Guck mal hier. Für euch. Guck mal hier. So, ciao. Na, hör auf damit, hab ich dir gesagt. Fass mich nicht an. Mann. Der Einzige, der mich anfassen darf, ist, bin ich selber. Und Frauen. Oh, eine Frau. So. Die müssen wir ja nochmal retten. Die haben ja nochmal so gerade eben die Kurve gekriegt. So. Hör auf, hab ich gesagt. Hör auf. So. Weg mit dir. Ähm. Nehmen wir nochmal den Raketenwerfer. Da kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Nein, lass das. Lass das. Uah. Uah, nein, nein, nein. Hör. Hör, ich hab kein Leben mehr. Fuck. Oh, ich brauch Leben. Oh, ich brauch Leben. Ich brauch Leben. Wo haben wir den Leben hier? Leben. Ja, 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 ja. Alter, diese Musik. Du. Schwappst aber nicht weg. Oh Gott, hier ist kein Leben, ey. Das ist mies. Da ist Leben. Huah, huah, ein bisschen. Juh. Oh, guck mal, was da oben liegt. Sehr schön. Nehmen wir mit. Hallo. Wo ist denn? Komm da. Sag mal. Er geht rauf, ich geh runter. Er geht rauf, ich geh runter. Das Spielchen können wir den ganzen Tag spielen, Kumpel. So. Wo ist denn dein schwuler Bruder? Ach, da. Ey, ich hab nichts gegen Schwule überbringen, ne? Also. Nein, lass das. Sag mal. Deine Mama hat den Beeten beigebracht. Ja, ja, mit deinem eigenen Schwanz wieder ins Gesicht schlagen. Ja, darauf stehst du. So. Oh nein, jetzt kommen die Affen auch noch. Boah, was denn hier schon wieder los ist? Das ist wie bei einer Demo. Wie beim Winterschlussverkauf für die Frauen beim Karstadt. So ist das hier. So. Alle, alle stürmen so auf die Sonderangebote. Und ich bin quasi das Sonderangebot. So. Weg mit dir. Hör auf, wie gesagt. War es das jetzt? Oh, geister Dank. Oh, huah. Oh. Bisschen Ruhe mal wieder hier im Karton. Meine Güte. So. Äh. Sturmgewehr. Dann nehmen wir als nächstes mal die Chain Gun mal wieder ein bisschen. Ähm. Sonst gibt's hier nichts. Muni und Leben war hier echt wenig. Musste man echt gucken, dass man hier viel durch die Gegner kriegt. So. Na. Lalalala. Lalalala. Gucken wir doch mal. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir hier hoch? Ne. Von da kamen wir, ne? Oder? Wo müssen wir denn hin? Da ist auf jeden Fall eine Tür. Die können wir noch irgendwie öffnen. Da oben müssen wir bestimmt hin. Ah. Hier. Ach. Guck mal an. Äh. Ach. Kann ich gar nicht drücken. Ich dachte, das wäre ein Schalter. Und ich schlage da noch gegen. So öffne ich normalerweise auch meine Türen immer oder mach Licht an. Oh nein. Uh. Ich möchte noch mal kurz anmerken, da stand gerade links eins von drei. Ja, das. Guck mal, er zeigt mir den Finger dahin. Da muss ich hin. Ja, ist ja gut. Gut zu wissen. Das heißt also, ähm, zweimal das Ganze noch. Einen Moment. Entschuldige bitte. Eine Güte. Na toll. Ist schon mal da eine Tür? Er darf sie nicht befreien. Mache ich aber trotzdem. Es geht in Scheißdreck an, was ich mache. So. Hör auf, hab ich gesagt, da unten. Ach, du schon wieder. So, geh weg. Jetzt geht's wieder rund. Jetzt geht's wieder richtig zur Sache. Da oben hab ich schon was gesehen, was wir gut brauchen könnten. Na. So. Yeah. Du. Einmal. Und zweimal. Und dreimal. Und wer will nochmal, wer hat noch nicht. Wer ist noch ohne Fahrschein? Wer braucht denn nur eine Monatskarte? Yeah. Mach den Mund nicht zu weit auf. Hallo. Ach, guck mal. Da. Da ist jemand. So. Hallo. So, du auch weg. Bleib stehen. Okay, der ist selber in den Boden gefallen. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm. Ja, das läuft ja bisher, ne? Hör auf, wegzulaufen, hab ich dir gesagt. Ach, komm an. Ja, dein Schwulen, dein, 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 nicht dein Schwulen, dein, 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 dein Bro, den hab ich schon erledigt. Also, komm her. Geh zur Hölle oder fahr zur Hölle wie ein richtiger Mann. So. Ah, ja. Alles gut. Ah, komm an. Lala, lala, lala. Gisela, du geiles Stück. Gisela, du machst mich verrückt. So, wo ist der, der, der Revenant? Da oben läuft der Revenant. Ciao. Hi, Revenant. Na, wer war das denn gerade? So. Ah, hier geht's auch lang. Wo geht's denn hier hin? Darf ich mal gucken, Jungs? Was für einen schönen Tempel ihr so besitzt. Oh. Demo-Party oder was? Demo-Party. Hör auf, an der Wand zu hängen, hab ich dir gesagt. So, warte. Lalalalalala. Raketenwerfer. Da komm ich hoch. Geh weg. Geh weg. Hab ich gesagt. Ich geh aus dem Bild. Raketen kann ich ausschießen, Revenant. Ja. Da macht er schon den Abgang. Du kommst auch weg. Oh, ich werde... Oh, aua, aua. Ach, der Revenant ist noch da. Den hab ich ganz vergessen. Da waren ja drei, anstatt nur zwei. So, warte mal. Da können wir mal die Chainedun nehmen. Musst du da abkühlen ein bisschen. Wo ist er denn? Komm, na runter, hab ich gesagt. Ja. Zur Hölle. Verdammt. Musst du abkühlen. Gisela, ich bin gleich wieder bei dir. Da ist immer noch nicht Ende. Da kommen noch ein paar, so wie das aussieht. Höh. Höh. Ich muss weg hier. Ich muss weg. Ich muss weg. Vorlieben. Ich brauche Leben. Ciao. Wo ist Leben hier? Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Oh nein, laufe ich denn genau in die Arme. Fuck. Höh. Ich brauche Leben. Höh. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben. Leben. Leben, 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 Leben. Höh. Fuck, wo liegt denn ihr Leben rum? Oh, ein bisschen hab ich gesammelt. Wisst ihr was? Jetzt hab ich die Schnauze voll von euch. Yeah, 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 yeah. Warte mal. So, da krieg ich wieder ein bisschen Leben her. Da auch wieder. Das gibt's gar nicht, wie der mal wegläuft, hier der eine hier. Er hier. Der will immer abhauen. Und Gisela ist schon wieder ab dem Stisse. So. Äh, da haben wir ein paar Raketen mit. Okay. So, Whistle Revenant. Ah, ist er schon weggelauert. Auf, wegzulaufen. Auf, wegzulaufen, hab ich gesagt. Höh. Wo kommt die denn auf einmal her? So, geh weg. Alter, wie das hier abgeht. Das ist unfassbar. Äh, ja, nehmen wir mal. Gisela lebt noch, ne? Genau, die dicke Gisela. Ich entschuldige mich für alle die Giselaisen. Ja. Also, nicht ernst nehmen. Hier. Granate. Okay. Was ist das für ein... Ach, da. Ich dachte schon, was ist das für ein komisches Geräusch? Gisela ist ja noch da. Okay. Ähm... Warte mal. Können wir mal ausprobieren. Hab ich schon lange nicht mehr genutzt. Hier hatte eh unendlich Schuss. Pang, 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 Auf Wiedersehen, Gisela. So. Dein Neff ist da, Gisela. Warum sagst du nix? Oh Gott. Oh Gott, wie ich den hasse. Boah, wie ich den hasse, ne? Ich hoffe, der kommt gleich nicht in Ros. Oh Gott sei Dank, ey. Boah, hu. So, Türchen ist offen. Auch nach oben. Boah, guck mal hier. Yeah, Jackpot. Boah.